Hey, ich bin Mel und ich backe gern. Und ich esse das gern. Und heute machen wir einen Blueberry Cheesecake. Der verdammt gut aussieht, findet ihr nicht? Um die Soße zu binden, gebe ich als erstes Wasser, Zitronensaft und Speisestärke zusammen. Das Ganze wird gut miteinander vermengt, bevor unsere Heidelbeeren in den Topf kommen. Zu den Heidelbeeren kommt Zucker und unsere Stärkemischung. Unter stetigem Rühren werden nun unsere Heidelbeeren zu einer dickflüssigen Soße gekocht. Für den Boden des Cheesecakes zerkleinere ich Butterkekse in einer Tüte. Das hat sich bei uns als beste Methode zum Zerbröseln herausgestellt. Ich gebe geschmolzene Butter hinzu und rühre diese gut unter. Dann kommen unsere Kekskrümel schon auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Dort wird das Ganze gut verteilt. Habt ihr ein Lieblings-Cheesecake-Rezept, lasst es uns in den Kommentaren wissen. In eine Schüssel geben wir reichlich Quark, Stärke und Zucker. Dann kommen noch sieben Eier dazu und das Ganze wird gut umgerührt. Die genauen Mengenangaben findet ihr am Ende im Rezept. Nun verteilen wir unsere Quarkmasse auf dem Keksboden. Danach beginne ich mit dem Verteilen der abgekühlten Blaubeersauce. Lasst ein bisschen davon übrig, man kann die Soße auch super über den ausgebackenen Kuchen geben. Vor dem Backen verteile ich die Soße mit einem Schaschlik-Spieß. Und fertig ist Belz's Blueberry Cheesecake.